Wasserstoff. Und um grünen Wasserstoff herzustellen, brauchen wir die Überproduktion der erneuerbaren Energie hier in Nordrhein-Westfalen. Und hier brauchen wir dann den Wasserstoff, um die Grundstoffindustrie versorgen zu können. Die Atmerkern und Handwerker. Und für die Autos, da brauchen wir nicht die Frage, Wasserstoff oder Elektro oder was auch immer, sondern den Ausbruch darin, dass es bei der Mobilitätswende nicht nur um eine Antriebswende geht, sondern um eine andere Form von Mobilität, der klugen Vernetzung von Fahrern, von Fuß, von Bus und Bahn und wenn nötig auch vom Auto. So sieht Mobilität der Zukunft aus. Meine Damen und Herren, du bist zufrieden, bitte ein Wort. Die Welt. Yes. Meine Damen und Herren, ich glaube, das muss ein anderer beurteilen. Und ich glaube, dass im Motiv-Moment, wo es eben nicht einfach ist, die Stärke eines Landes hat, wo Menschen nicht einfach jubelnd sagen, wir hupen, wir liefern Waffen, sondern alle radern und trotzdem sagen, im Zweifel muss man sich entscheiden. Weil wenn wir uns wegducken, dann füllen die Lücken eben andere. Wenn wir schweigen, wenn es von Räten passieren, dann gewinnen am Ende diejenigen, die Verbrechen durchführen. Wenn man in der Schule, das ist ja genauso, wegschaut, wenn jemand gemobbt wird, dann lässt man diejenigen erleiden, die eigentlich unsere Unterstützung beuchten. Und das ist, glaube ich, das, was die Stärke und Kraft dieses Landes ist. Und das hoffe ich als Außenministerin dieses Landes representieren zu können, dass wir nicht wegschauen, wenn es darauf ankommt, seine Stimme zu erheben und dass wir denjenigen beistehen, die unsere Unterstützung brauchen. Ich glaube, du bist für mich. Ich gebe jetzt zu, ich lebe in Düsseldorf und ich trinke auch gerne Eifbier. Aber das ist gar kein Problem, 15 Mal, 3 Vers 2, weil wir tolerant sind, auch wenn es um 4 geht. Und wenn ich eine Sorge sage darf, wenn ich ganz gerne sage darf, Liebe an Ihnen, weil es um Toleranz geht, weil es um Deutsch geht, weil es um Kultur geht. Ich war als Düsseldorfer im großen Glück, an dieser riesigen Friedensdämon großen Montag teilnehmen zu dürfen. Ich habe kennengelernt, wie diese Stadt aussteht, mit Frau Wankern Solidarität zu zeigen. Und deswegen, 9 Uhr gibt es eure Rundgebung von Blau-Geltenkreuz, Grünmann, der Deutsch-Erwerb, um 15 Uhr. Bitte geht darum, zeigt, dass wir die Menschen in der Breite nicht vergessen haben. Geht darum, nehmt eure Freunde, eure Freunde, die ihr mit, nehmt was zu essen und zu trinken mit. Wir sind stark als Zivilgesellschaft. Bitte unterstützt das. Ja, aber wenn man nicht kaputt ist, dann hat man auch tatsächlich nicht genug getan. Das ist ja unser Job. Und gleich, wenn man mal den Boden zieht, dann an Tag 2 zu spannen. Es gibt noch 10 Themen, über die abgeschwimmt wird. Es gibt 10 Themen, wo man die eine oder andere Meinung haben kann. Aber in diesen Zeiten, wo man sich nicht nur entscheidet, wo man auf welcher Seite man steht, ist, glaube ich, auch einer der Schlüsselfragen. Geht denn hier in der Politik einfach nur aus dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben? Oder sagen wir, wir können mutig unsere Zukunft gestalten? Und das ist ein Politieinsatz, der sagt, wir warten nicht immer nur ab, dass wir 120 Prozent die Gelösung haben. Weil das dauert manchmal viel zu lange. Sondern wir machen jetzt richtig, richtig Tempo. Und deswegen, weil ja, wie viel zum Impfen steht, war es so richtig, in dieser Pheromie deutlich zu machen, zum Schutz von anderen, müssen sich natürlich alle impfen. Und dafür nur etwas zu tun, um den Weg zu bringen. Auch wenn man nicht am Anfang einer Pandemie wusste, was die 100%-Fischern-Gelösung bringt, hat er nicht auszuprobiert, dass sich Politik gestaltet und nicht auch den Statusproben verweitet. Und das Gleiche gilt jetzt wie bei der Erwarten-Mediativ. Du hast Wasserstoff angesprochen und viele Fehler angefragt. Wenn wir jetzt umbauen auf grüne Technologien, dann wissen wir nicht etwa 20% genau, ob der Stahl der Zukunft in 10 Jahren oder 8 Jahren oder früher klimaneutral ist. Aber was wir eins wissen, wenn wir jetzt mit dem Scheiter umgehen, dann wird der Stahl in Zukunft woanders produzieren. Und das wollen wir nicht, sondern genau das, was unter anderem dieses Bundesland-Staaten-Mediativ eine starke Kürze auf Zukunft zu gestalten. Und das ist jetzt die Aufgabe für mutige Politik. Und viele Parteien machen da nur alle Worte. Aber ich glaube, da sind Fragen, was ist der gleiche gute Unterschied? Und das mutig zu machen, auch wenn es ein Gegenwünsche, zu sagen, wir nehmen das jetzt in die Hand. Und das kann man reden mit Corona-Neubauer an der Spitze. Und vielen Dank und gar nicht hier in Wettbewerb in Köln und vielen anderen Direktkandidaten. Herzliche Grüße an Herrn, der leider heute krank ist. Aber wir wissen auch von den letzten drei. Es kommt ganz, ganz oft auf jede Stimme an, welche Koalition gebildet wird, wie stark die Demokratinnen und Demokraten sind. Deswegen die herzliche Einladung am nächsten Sonntag. Geht nicht nur selber zur Wahl, sondern ruft eure Oma an und sagt, Mensch, wir wollten doch eh einen Spaziergang machen, gehen wir bei einem Waldverkauf. Vielleicht auch den Ex-Mann oder Ex-Freund hat zwar nicht mehr so geplant, aber bei der Wahl waren wir doch immer einer Meinung. Geht alle gemeinsam wählen. Und wer zukunftsfähig wählt, die herzliche Einladung. Weltkrieg, aber vor allem Weltdemokraten stecken auch das auf Europa. In diesen Tagen werden wir jeden Tag als Stimme von Köln und 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 Köln. Weltkrieg, aber vor allem Weltdemokraten stecken auch das auf Europa. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.